Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute machen wir die 7-Törchen auf vom Coca-Cola-Kalender. Ich bin mich mal gespannt, was drin ist. Das von gestern war eigentlich mega cool. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die 7-Törchen so von den Fingern... Ah ja, ich habe es gefunden. Bei den kleinen Kartons hat es einen Buchstaben drauf. Und das kann man dann auch auf der Seite, mit so einer Tannebo, mit jeder Zahl drauf. Und dann kann man dann auch den Buchstaben herstellen. So, heute ist es S. Heute hat es im Cola-Kalender... Okay. Wenn Sprite Cola-Bunser hat. Ein Sprite. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einem Video ein Like. Lasst unbedingt ein Gratis-Abo da. Ich freue mich über jeden, neue Abonnenten habe ich bekommen. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Und bis morgen am Nachmittag. Macht es gut. Seid lieb zueinander. Schreibt mir noch in die Kommentare, warum ihr so gerne meine Videos schaut. Tschüss zusammen. Schreibt mir noch ein... IoT